Labiostetik Willkommen in der Farbwelt von Labiostetik. Der Fashion-inspirierte Labiostetik-Farbtrend ist der Pastell-Look. Der Pastell-Look verzaubert mit einem Hauch von Farbe in zartputrigen Nuancen. Das verführerische Farbergebnis wirkt wie ein Teint-Schmeichler und lässt die Haarfarbe hochwertig und edel aussehen. Um einen strahlenden Pastell-Look zu kreieren, muss eine Perfekt-Tonhöhe 10 bis 11 als Ausgangsbasis erarbeitet werden. Vermischen Sie zuerst die komplette Farbmasse. Anschließend geben Sie drei Teile Tone-Lotion hinzu und verrühren Sie die Farbmasse erneut. Um die Haarstruktur zusätzlich zu schonen, können 0,5 Teile PQ17 zu der Farbmasse beigemengt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Imkretelung des ZDF für funk, 2017 und bei einer Popperin eines ZDF für funk, 2017 wird die Haarfarbe hochwertig und möglichst viel Gewicht herbeifte Imkretelung des ZDF für funk, 2017 wird die Haarfarbe hochwertig und kreieren, die Haarfarbe hochwertig und sch Treibung spielern. Imkretelung des ZDF für funk, 2017 Wenne Haarfarbe hochwertig wird, wird die Haarfarbe hochwertig und hochwertig. Bis zumal rüberfi auf Frau Beatschstche Untertitelung des ZDF, 2020 Um das kühle Blond lange zu erhalten und das Haar optimal zu pflegen, empfehlen Sie Ihren Kunden die Protestion Couleur Crystal Serie zur täglichen Farbpflege für zu Hause. Für mehr Griffigkeit und schnelles Volumen sorgt das Labiostetique Powder Spray. Faszinieren Sie Ihre Salongäste mit einem Hauch von Pastell und setzen Sie diesen erfolgreichen Trend in Ihrem Salon fort. Labiostetique